Das Möbelhaus Komodo in Dürrenais wurde im Jahr 2000 eröffnet und ist auf Massivmöbel aller Art spezialisiert. Unser Assortiment für den Esszimmerbereich besticht durch klare Formen. Wir bieten Tische in den unterschiedlichsten Formen und Farben an. Dabei sind diese so ausgelegt, dass aus einem ganz normalen Tisch eine lange Tafel gezaubert werden kann. Dazu bieten wir bequeme Stühle aus Holz mit Leder- oder Stoffbezug. Für den Wohnbereich bieten wir Sofas, die durch ein klassisches Design beeindrucken und dennoch für ein gemütliches Ambiente sorgen. Dabei ist die Auswahl riesig. Egal ob aus Stoff oder Leder, Longchair oder ein Einzelsofa, bei uns sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Im Schlafzimmer führen wir verschiedene Bettensysteme. Die Bandbreite geht von höhenverstellbaren Komfortbetten über Betten mit Überlänge bis hin zu den passenden Matratzen. Wenn Sie ein außergewöhnliches Angebot suchen und dabei kompetente Beratung schätzen, sind Sie bei uns richtig. Daneben verfügen wir über eine grosse Abteilung mit Gartenmöbeln. Ob klassisch, verspielt oder modern, Sie sind in jedem Garten ein optisches Highlight. Im grössten Grillcenter der Region findet man alle bekannten Marken. Im Frühling werden außerdem Grillkurse angeboten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Möbelhaus Komodo Heute schon gewohnt?